Gut, wer weiß, wie viele Secrets sich schon ausgelassen hatten, aber ich meine... Weiß man ja wieder nicht. So, jetzt gehen wir mal zurück. Heilen, speichern, weiter geht's. Gibt's noch nicht. Wo kamen denn die noch her? Das ist viel besser als die Sandkasten aus Halo. Halo ist schon downgradet oder so, puh. Puh, so. Jetzt wieder bei der Schalte drücken, keine Ahnung, ich drücke einfach mal. Ich sehe schon wieder Punkte auf meinem Radar, wo kommen die jetzt schon wieder her? Irgendwo kommst du jetzt später schon wieder her. Ach. Geh jetzt nicht wieder zurück. Ich habe keinen Bock. Bitte fahren Sie wieder nach oben. Hallo? Hallo? Okay, jetzt aber... Ah. Good work. Wir beginnen den Decombination Prozess in a moment. Ich habe den Briefing, den Silvian crew you rescued a few hours ago. They are the only crew to survive pro long. That was the aliens that I have been able to talk with. The mandate maintains that the aliens were loading as many humans. It's possible in the shuttlecraft when flying them to the four-mothership. I have watched that many such shuttles bring supplies to the aliens, but I had no idea they were carrying humans back to the alien ship. I will brief you more on your next mission when you arrive. You may not go exactly where I want you to end up, because there is interference in the computer net. Good luck. Gibt es hier Bosskämpfe? Frage mal. So, spontan in der Runde. Da ist eine Tür, da ist Munition, da ist Munition. Was ist dieser grüne Strich da auf dem... Ich habe das Gefühl, ich habe doch irgendwas nicht richtig installiert. Aber das passt schon. Ich muss jetzt den Schalter schießen. Funktioniert das? Ne. Ja, nun. Ja, das passt schon. Aber das passt schon. Ich habe dich gesehen. Jetzt sehe ich halt nicht mehr. Ich muss mir Sorgen machen. Äh... Ich verstehe nicht. Ich kann hier nichts benutzen. Nein. Das ist ja auch nicht, dass ich benutzen könnte, ne? Das ist ja auch nicht. wird. Okay, auf den Knopf zu schießen bringt nix. Die Wachen da helfen mir auch nicht. Nee, das sind gar nix. Okay, ich krieg hier Granaten, warum? Ach, darum. Gut, ich hab noch was gelernt. Heilige Scheiße. Danke, dass ich ihm besser mithelfe. Puh, ja easy. Okay, ich hab gar kein Problem nix. Ist das da ein Save-Punkt? Was ist das denn? Hab ich da eingesammelt? Ich weiß nicht, ist das ne Waffe? Nee, ist raus wie ne Waffe. Okay, ist ne Waffe. Erstmal entspannend zum Lesen stellen, da kann ich mir nicht mehr was tun. Da hat's been an unexpected... Lull? Lull? In der Fightin. Ich weiß nicht genau warum, aber es scheint, dass die Aliens stoppen das once. Ich weiß nicht, dass die Prägenz der Fightin zu senden wir zu Earth, appreißen sie. Die Situation, woher der Long-Range Transmitter Array ist, das ist, wenn der Fall ist, dann muss man reset die Sekundärer Transmitter. In der Fall ist das, wenn du in der G4-Sun-Buzzing-Landing-Station Es würde wohlfühlen, dass du in eine Vakuum-Condition mit einem besseren Vakuum-Cabell mit einem besseren Vakuum-Cabell. Ah, 75.000 Work-Infaktor. Ah! I want you to find that Zeus-Class Fusion Pistol. It has two fire-mode, standard fire-injects, bolts. It's in fire-mode, charge on the Transmitter. It's a blast. It does a halt to mode of damage. Okay. My cords and sensors are becoming less reliable, but I believe that they should find a Zeus-Class Human Pistol at this location. Die habe ich schon. I lied too much on this information that I have given you. It has been intercepted in transmission, and I cannot verify it's accurate. Ne, war ziemlich akkurat. Okay, für mehr müssen wir den Granatwäfer auspacken. So, mach da ein bisschen Pistolenarbeit. Mach da zu. Ja. W- Moment. Was ist das? Das ist neu. Bin aber großer Fan von. Sieht nach noch mehr Gesundheit aus. Wer sagt schon mal nein? Hier unten. Habt ihr schon ein bisschen gegenseitig beschossen? Ich hoffe es doch. Hier nimmt mir jetzt die geschlossene Tür. Auch nicht so gesund. Ich hasse es, wenn Türen so automatisch so schnell sitzen gehen. Können Gegner die Türen öffnen? Scheinbar nicht. Was sind die da hinten? Tönen sie sich gleich da gegenseitig? Weiß man nicht so genau. Jetzt gibt es die Dinger schon unsichtbar. Oh wow, die sieht man wirklich schlecht. Ausnahmsweise sieht man die mal schlecht. Auch mal was ganz Neues. Okay, alles gut. Alles gut. Bitte wieder nach oben. Schön langsam aus. Sonst würde ich auch gerne mal programmieren. Das wollen wir jetzt Civ-Clone fertig bauen. Hätten wir schon alleine Spaß, wie es aussieht. Okay, jetzt fährt das Ding ohne mich hoch. Natürlich. Ja, das ist ein Schild. Das ist ein anderer. Der hat irgendwie so eine Raketenwerfer dabei. Okay, easy. Okay. Den Einschluss können wir uns mal nachlädten. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir nichts eingebaut haben, damit man selbst nachlädt. Aber okay. Wahrscheinlich zu viel Arbeit, keine Zeit. Nicht erwünscht. Ah, bleibt das offen oder wahrscheinlich nicht. Das wird sogar gelb statt rot, wenn man dann hat. Ja, ganz sportlich. Natürlich nicht. Gut. Und dann wenigstens ist es gerade auf dem Weg nach unten gewesen und nicht auf dem Weg nach oben. So, Magazin nochmal aufgefüllt. Komme ich? Nein, komme ich nicht. Gut. Dann warten wir halt. Ich hätte eh nichts davor. Stehe mich in die Ecke und schäme mich. Ich bin gut auch munitioniert, muss ich sagen. Ich bin völlig falsch erwartet, wenn ich so einen Massenaufstand. Damit kann ja keiner rechnen. Ich habe gerechnet, vielleicht damit, dass jemand direkt unter mir steht oder dass da ein Weg ist, wo ich immer so ein bisschen rein kann. Der ist nicht eingezeichnet, aber hallo. Das ist jetzt so, wo der Mob rauskommt. Auf beiden Seiten natürlich. Bitte lassen Sie mich doch mal nachladen. Ja, das war ja überhaupt kein Problem. Ja, das war ja überhaupt kein Problem. Ich habe es nicht. Puh. Mehr lang habe ich Sorgen gemacht, dass es nicht mehr hochfährt, weil... möglicherweise muss ich noch mal heilen gehen so ganz bisschen dringend also richtig ganz dringend ja da steht auch 2x sehe ich jetzt erst die richtige tür save a little bit and then hmmm no the door is closed Ah, das Bein drücken natürlich. Ich weiß nicht mehr welche Waffe, das ist eine Maschinenpistole, Pistole, Pistole habe ich viel benutzt, das ist wahrscheinlich dafür. Ich wollte ja schon sagen, das dauert immer so lange bis es dann doch mal anfährt. Die machen hier wieder Party. Tür aufgemacht, der Feueröffnet. Scheiß Wallhacker. Oh, sie nicht. Sie nicht. Ah, jetzt sehe ich sie hier ganz genau. Ah, es waren zwei, okay. Ah! Das sind jetzt langsam mal alle hier, hallo. Ach so, ich nehme Schaden, wenn ich da ganz oben ankomme, okay. Ich habe die noch gar nicht versucht. Okay, jetzt kann ich so scheiß. Ich kann so den Alternativfeuermodus nicht ausprobieren und ich bin schon so viel tot alt. Hört doch mal auf, so absurd viel Schaden zu machen. Gibt es auch noch mal Heilung irgendwo vielleicht so ein bisschen? Ich muss eigentlich immer jeden Schalter gleich drücken. Ähm. Ach so, okay. Das ist der Weg nach oben. Ach du Scheiße. Junge, das ist ja gar nicht mehr lustig. Ah, das reicht aber auch für heute. Kurze Runde, aber es geht heute nicht mehr. Ich bin morgen jetzt so zum Arzt. Oh, nicht legen wir jetzt ins Bett. So, wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Halo Minus 3. Nein, Moment, Halo Minus 2. Wir fangen ja bei 1 an, also ist egal. Der Witz zündet nicht. Tschüss.